Das Partnerforum findet jetzt das dritte Mal statt und das ist ein fixer Bestandteil und wird auch gut angenommen von einem wirklich guten Folgenot Partnern, die gerne zu diesen Informationen kommen und ich glaube, damit bestätigt das Format hat Klasse und das werden wir auch so weiterführen. Das Besondere ist, dass wir uns dieses Jahr noch verstärkter wirklich den Fakten und Daten unserer Vorteile der Produkte hingeben und die vielleicht ihrem Wettbewerb nicht bekannt sind und somit sich die Partner abheben können und damit leichter in den Wettbewerb gehen können und sich preislich nicht vergleichen müssen. Sanierung ist da glaube ich ein gutes Beispiel, wo man so eine Kombination einsetzen könnte. Wärmepumpe ist deswegen energieeffizient, wenn man einen großen Teil der Energie von der Umgebung, vom Erdreich, von der Luft nutzen kann. Man veredelt diese Energie mit einem geringeren Anteil an elektrischer Energie und die Summe daraus kann man dann zum Heizen nutzen und das macht es so effizient und spannend auch für den Einsatz und die Ressourcenschonung und Energieschonung. Die Sommerzeiten werden mehr, sie werden heißer und dadurch entstehen und vor allem die inneren Kältelasten sind relativ hoch, da wir vielfach ja, wenn wir verdunkeln, die Beleuchtung einschalten müssen. Jeder hat einen PC, jeder hat ein Handy, das entwickelt alles Wärme und diese Wärme müssen wir dann im entsprechenden Maße abführen. Und eben wenn wir schon diese Häuser so dämmen, wäre es ideal, meiner Meinung nach mit dem E2 einen Ansatz zu finden, weil das ist ein Heizkörper, hat geringere Oberflächentemperaturen, das ist ein Infrarotpanel und er kann im Wesentlichen auch kühlen. Wie kann ich mich motivieren? Da haben wir auch einen externen Keynote-Speaker da, der versucht uns alle richtig vielleicht aufzustellen, dass wir motiviert in die Zukunft gehen können. Was ist heute denn mein Ziel, um sich da auch ein Gefühl dafür zu verschaffen? Das gibt uns eigene Motivation. Der Gedanke da oben in unserem Kopf gibt den Impuls und der Impuls liefert die Motivation, die wir brauchen, um uns anzutreiben. Lova V im Spa, 8 Anschlussmöglichkeiten, einfache Montage und Produktauswahl. Floortec Frässystem, staubfrei, Sanierungslösung. Kunststoffverteiler, AFC-Technologie, dynamische hydraulische Anpassung. Easy-Tech Anbindetechnik, einfach, unkompliziert und umfangreiches Sortiment. Easy-Tech, langer Anschlusswinkel, individuell abfressbar, ideale Lösung. In der Partnerschaft kann man schon von Freundschaft reden und sagen, wir verstehen uns gut mit unseren Partnerbetrieben und die sollten sich auch wohlfühlen bei uns und ich glaube mit der Freude sollen sie eingehen und sagen, das war wieder eine tolle Geschichte, ein tolles Event, eine tolle Information und eine super Location. Mit allem Drum und Dran sei gestimmt. Wenn wir das schaffen, dann haben wir wieder genau das Forum erreicht, das wir wollten und hoffen, dass wir es das nächste Jahr wieder schaffen können.